Hallo und dann herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Maximus und begrüßt euch zu Wolfenstein New Order. Ja, diese Szene konnte ich euch leider nicht zeigen, dass ich hier durchrutschen musste, weil ja Fraps ein bisschen abgekackt hat. Irgendwie hat das alles ein bisschen Probleme. Des Weiteren habe ich noch ein bisschen geguckt, ob ich den Sound ein wenig lauter einstellen kann. Ja, gerade die ersten Szenen sind ein bisschen schwierig. So, ich soll hier rein, wa? Ja, schwimme ich mal ins kalte, nasse deutsche Wasser. So richtig, wo ich jetzt bin, weiß ich gar nicht. Ich denke mal irgendwo in Deutschland. Ja, draußen sind ja diese Stahlhunde, ich nenne die einfach mal so. Und die soll ich ja jetzt mit einem schweren MG... Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Ach, das setzen wir natürlich schön in Szene. Obwohl das mit dem Sound mir ein bisschen schwierig ist. Wie ich das dann noch hinbekomme... Oh, schwimmen wir mal hier lang. Hier ist eine Treppe und da geht es wahrscheinlich in die Kanzel. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Boah, ist das geil. Bam! Ja, schön. Der nächste Mord schießen ohne Ende. So, habe ich alle jetzt erschossen. Den großen kriege ich wahrscheinlich mit dem MG nicht kaputt. So, ich verlassen das mal. Der klettert automatisch vorne raus. Schön. Ich habe aber nur ein Messer. Ich renne mal schnell hin. Oh! Ja, ich drücke jetzt einfach mal E und, ja, hören wir mal, was er sagt, wenn wir es mitkriegen. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgestattet. Also, Sie arbeiten sich zu diesem Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuer, Schatz. Verstanden. Ah, legen Sie das ab. Ich halte Funk und ab. Okay, Leute. Bereit machen für Deckungsfeuer. Ja. Okay, jetzt muss ich hier lang rennen. Au! Oh! Geht es hier unten lang, oder was? Ah, schön, schön, schön. Jetzt geht es nämlich richtig rund hier mit Schießen. Nachladen. Das sieht aus wie so eine alte Thompson, aber quasi in dem neuen Design in den 60er Jahren. Was soll ich denn jetzt machen hier? Hier wird mir nichts angezeigt. Ich muss hier irgendwo hin. Aber ich soll das MG-Nest ausschalten. Aber bloß wie? Hm. Ach, hier ist ein Kasten. Ja, gut, alles klar. Ach, so, jetzt. Ah, darauf muss man erst mal kommen, ey. Gut. Der Quatsch die ganze Zeit. Gut, alles klar. Ich bin jetzt hier drinnen. Komme ich jetzt wieder hier raus, oder wo muss ich jetzt hin? Hier ist ein Knopf. Muss der draufschießen, oder was? Ah, warte mal. Hier zeigt er doch irgendwas an. Und es... Links alt. Warte mal, links alt. Und es. Aha. Das bedeutet... Oh, nein. Ah. Oh, 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 oh. Jetzt habe ich meine deutsche Waffe. Sieht aber auch eher aus wie eine russische. Wo ist denn hier einer? Ach, hier. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so. Ein bisschen schwammig, finde ich. Komme ich hier irgendwo lang? Muss ich jetzt auf den ersten Moment sagen. Ich will jetzt einfach nur stumpf mal die ersten Meter hier durchziehen. Oh. Oh. Besonders intelligent sind wir nicht, aber der Rückstoß von den Waffen ist echt enorm. Und wir gucken uns einfach mal so einen deutschen Soldaten hier an. Ja, das sind schon richtig die bösen Deutschen. Aber das soll uns ja nur zeigen, was wäre, wenn der Amerikaner verloren hätte. Oder auch der Russe. Ja, erstmal schön Munition einsammeln. Was bedeutet, dass ich die Helme hier einsammle? Oh, 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 oh. Ich sollte mal ein bisschen drauf achten, ne? Ah. Eichelprinz, Junge. So nicht mit mir. Ich weiß nicht, ob ich hier unten noch lang gehen kann Und ob in den Kisten was ist Ich hab ja das eine Mal Die Kiste kaputt gemacht, aber Nee, komm weiter Oh 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 Oh, der Dreckskürt da Ich weiß nicht, ob es hier alternative Routen gibt Ich weiß nur, dass man sich zum Anfang Irgendwie entscheiden kann Ich schieße ja einfach aus der Hüfte Das geht irgendwie am besten Ah Ah So Das wahrscheinlich Hier muss ich gar nichts deaktivieren Und hier gibt es irgendwelche Hefte Ja, im Krieg hat man keine Zeit hier irgendwelche Hefte durchzulesen Und die Stahlhelme Was bedeuten die? Rüstung Ah, da steigt meine Rüstung Ah, das ist so wie so eine Power Äh Sache Also hier komme ich zum Beispiel nicht lang Das war jetzt ein sinnloser Weg Von der Spielzeit Wurde ja gesagt, dass man so 10 Bis 15 Stunden spielt Kommt drauf an, wie man spielt Ob man alles Erkundet Ihr könnt ja unten In den Kommentaren reinschreiben Ob ich mehr erkunden soll Jetzt wollen wir mal gucken Ob das, ähm Wenn ich rauf drücke Besser geht Mit den Messern Weil wenn ich So Messer nehme Ist doof Ich soll immer rauf drücken Gut, alles klar Wir werden mal Oh, jetzt speichert er Ah Oh, verdammt nochmal Ich bin da noch schreckhaft Ja, manche machen es ja wirklich so Dass sie So übel schreckhaft Sind Aber Maximus hat richtig Die Hosen voll Oh, guckt euch mal das Ding an, Alter Brutal, ey Ja, das Setting ist natürlich Wah, ah, ah, ah Ja, ja, ja Komm, 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 komm Ah Ah, was muss ich denn machen jetzt, äh Warum Ich hab F gedrückt, Alter Verdammte Scheiße Ah, tut mir leid, Jungs Jetzt müsst ihr Den Ladebittschirm erstmal ertragen Ähm, ja Viele machen ja so Dass sie andauernd immer Angst haben Aber Maximus hat wirklich Oft Angst Ähm Nachladen Jetzt werden wir mal versuchen Hier nicht zu sterben Ja, jetzt Warum jetzt, äh Wie haben wir so Rüstung mitnehmen Vom Hund Und hier kommt ja jetzt gleich Der andere Köter Wo bist du Hund Boah, der wackelt aber in Ey, ey, ey Ich mache Messer Ich mache Messer Ich mache Messer Ich mache Messer, Alter Ich mache Messer ohne Ende, Alter Warum Warum Welche Taste ist das Habe ich das nicht gesehen, oder was Äh Ja Ich hasse sowas Ich hasse sowas Wenn mir das nicht richtig erklärt wird Warum Weshalb Wieso Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt anders gemacht habe Ich muss jedenfalls die mittelle Maustaste auf F ändern Ich habe das jetzt wirklich mittlere Maustaste gemacht Äh Das ist scheiße Das mag ich überhaupt nicht Deswegen Ich drücke nie die mittelste Maustaste Viele machen das ja Um Erstmal Rüstung wieder Ich weiß gar nicht, wie viel Rüstung man machen kann Fängt ja super an Muss erstmal auf diese Steuerung ein bisschen klarkommen Die ist auch ein bisschen Schwammiger Man erkennt die Deutschen aber auch sehr gut Weil die ja irgendwie so ein blaues Symbolchen haben Helm Hier bin ich doch Hier bin ich doch von Wo 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 schießt denn hier einer Oh Ja Sterb doch einfach mal Also die Regeneration von den Soldaten ist ähm Sehr langsam Aber man findet hier überall auch Ihre Ja Medi Ja ja Man findet aber auch überall Medi-Packs Ja ihr seht schon Also Normalerweise durfte ich hier gar nicht sterben Aber Äh Langsam Man kann auch In gewissen Passagen Schleichen Ne Wo kann ich hier oben lang Hat der irgendwelche Leiden Ne Hier war irgendwo Munition Ach hier von den Amerikanern Oh was ist mit dem los hier Hm ich bin am Limit Ey guck doch mal an Alter Ja also Kisten doch auch mal ein bisschen öffnen So Ja Äh Jetzt haben wir das Ohr abgestütten Angeblich sollen hier auch So sage ich Sachen sein Dass man hier die Köpfe abschlagen kann Und Ja Ich muss das unbedingt ändern Dass ich hier Das auf die Oh Komm her Ich will eigentlich Messer in den Drecksack Naja ist auch schon vorher Auf mir fallen Ähm Dass ich das dann ja mittels Maustaste habe Ich will das auf F haben Hier leuchtet doch noch irgendwas Medi-Pick Gucken mal ob hier oben noch irgendwas ist Irgendwelche Items Die man hier vielleicht eventuell Einsammeln könnte So das Ding geht Erstmal nicht Ja weiter Hier liegt noch wieder was Oh 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 Hier hört sich aber schon ein bisschen böse an Oh Oh je 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 Ach so Raucheffekte und so Oh Seht auch schon Schick aus So Radar Aha 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 Ah ich hätte jetzt auch Ich hätte jetzt auch langsam Gehen können Und die vielleicht von hinten Deaktivieren So wir sind Deckung Ja Er sterbt einfach Sterbt Ja Ihr seid dämlich Kommt kommt Ihr seid dämlich Ja ich werde beschossen Also wenn man mehr als 100 Leben von den Medi-Packs aufnimmt Dann hat man so ein Sonderboost Sehe ich gerade Schon wieder 120 Der geht aber dann Langsam zurück So Ja Gibt es hier noch irgendwas So von der Steuerung Bin ich noch nicht so 100% Ja begeistert Muss ich sagen Limit erreicht Limit erreicht Wo muss ich hin Ich könnte jetzt hier lang gehen Ich könnte auch hier in den Raum reingehen Der Raum wird wahrscheinlich Ein bisschen begrenzt sein Die kann ich nicht töten Äh die Kiste Ah Hier sind schon mal Irgendwann Riesige Bomben Hier im Medi-Pack 40er Pack Was macht der denn eigentlich Macht der Einen Kontrollgang Oder was Hier die Rüstung Noch mal ein bisschen auf Nehmen 5 Rüstungspunkte Gibt es so einen Helm Oh Granatenfeuer Yeah Ich habe irgendeine Errungenschaft gekriegt Weil ich die Granate benutze So 20 Meter Wo ist denn Oh 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 Muss ich ihn irgendwie deaktivieren Den Alarm Das ist der letzte Offizier Der letzte Offizier Kommt Oh 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 Was habe ich jetzt aufgemacht Ach da kommen die nächsten Nein Das war jetzt nicht die feine englische Art Aber ich merke Dass die andere Waffe Irgendwie ein bisschen schneller geht Die Sagen wir mal Die Thompson Granaten habe ich Dies habe ich Das habe ich Munition lieber Am besten noch mal ein bisschen mitnehmen Wie ich sehe Wie ich sehe Sind die Munitionssorten Komplettibel Das ist ja schön Wenn sie vorher abgesprochen haben Geht mal hier rein Ah Was ist hier los Jetzt habe ich hier C4 mitgenommen Oder ganz einfach nur Sprengstoff Hier ist irgendwo noch Helm Ich muss alles mitnehmen Alles Wahrscheinlich gibt es dann irgendwie Ein Sonderitem Ach schade Ich hätte so gerne das Ding benutzt Guckt euch das an Ah Das sieht aus wie Vier miteinander Verschweißte MG 3 Oder MG 43 Man sieht das hier so richtig schön Der Verschluss Ja Der Träger Hier Die Schulterstütze Ja Die Rundenteile Äh Hammer geil Ob es ein Recht Leben auch so Gehen würde Oh Wir gehen jetzt einfach mal hier hin Oh Wir haben es verpasst Wir gehen jetzt einfach mal hier ran Und wenn die kommen Radiere ich sie alle raus Aha Gut Dann würde ich an dieser Stelle Einfach mal einen Cut machen Und Hoffe dass das Video Euch ein bisschen gefallen hat Wir sehen uns beim nächsten Video Bye bye Euer Maximus